Mach das niemals in GTA 5, denn auch du warst sicherlich mal mit dem Sportwagen in Los Santos unterwegs und hat das weibliche Besuch dabei. Und dieser weibliche Besuch möchte meistens an Orten hingehen, wo man eher ungestört ist. Und Freunde, so einen Ort in GTA 5 zu finden ist nicht einfach, aber haben wir ihn gefunden, nämlich bei den Schienengleisen. Ihr könnt das Ganze wirklich machen, dann kommt der Zug und versaut euch wirklich den ganzen Spaß. Aber das Ding ist, die Kamera wird einfach stehen bleiben und Franklin wird einfach den Spaß seines Lebens haben und ihr seid einfach 100 Meter weit entfernt. Aber wenn ihr dachtet, das war schon alles, Freunde, es geht noch weiter, denn in der Mission Infidriet könnt ihr was ziemlich Kurioses machen. Denn eigentlich würde man denken, dass NPCs keine Angst vor Handys haben, doch wenn ihr dort ein Handy zögt, dann rennen alle weg und denken, ihr seid irgendein Krimineller. Keine Ahnung warum, aber wenn ihr mal nicht Krimineller sein wollt, dann geht einfach mal zum Friseur, springt auf die Kaste rauf und boom, Leute, ihr bekommt gratis Geld. Und die Dame juckt das nicht mal, das heißt, ihr könnt einfach das wiederholen und habt gratis Geld in GTA 5. Mach gerne das Plus-Wickel und check den Link in meinem Profil ab, aber...